Hi. Okay. Guck mal an meinem Gehraus. Ich bin glück, dass du nur ein Beinchen da fliegen hast. Siehst du das Loch in der Wand? Das war fast dein Bein. Jawohl. Und dabei hast du auf Heidi gezielt. Wie, jetzt hinter mir? Okay. Ja, bei Minen muss man aufpassen. Oh, guck mal, was ich da hab. Pass auf, man Gehraus, rechte Seite. E5, F4. Du weißt, dass ich hinter dir stehe und jetzt nicht ausweiche. Ja, das ist gut. Also ich kann nicht. Links ist ein Fass und rechts ist auch ein Fass. Bist du eingefasst? Ja. Kaum zu fassen. Du stehst mitten einfach da. Ja, so bin ich halt. Ohne Rücksicht auf meine Gefühle. Oh, ich hab jetzt einen schnellen Seismik, der läuft Richtung Mitte. Okay. Ist weg. Wahrscheinlich in der Mitte. Wahrscheinlich in der Mitte. Aber da gibt's ja mehr. Irgendwo. Weiß ich. Da ist noch irgendwie. Wieso geht da keiner rein? Wieso geht da keiner rein? Wollen die mich verarschen, oder was? Irgendwie dann. Wo gehen sie nicht rein? In die Mitte. Ist hin doch drin. Blöd. Ja, wir vielleicht. Aber der Rest der Mund schaut nicht. Doch. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ne, fünf. Watch out for Delta. Ich hab ihn schon fast durch alleine. Ich hab ihn schon fast durch alleine. Oh. Override vergessen. Haha. Scheiße. Echt jetzt? Ich hab ihn override vergessen. Oh, kromm. Aber der Atlas müsste durch sein. Der ist durch. Ja, 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 ja. Ich hab ihn schon so. Krap. Oh, fuck. Komm, wir haben ein paar Löcher gestanz, Magiera ist alles für dich. hat der tief hängende arme ist ekelig ich bin egal zu schlimm wenn du so runterziehen willst musst du aber hart eine kante ran ist ja stimmt oder ist besser aber nicht meiner man gehrers killt kriegst man gehrers killt sektor man gehrers kürziger immerhin mein kam die die lassen drüben war ja c5 ich verstehe mit der aktie fünf komme ich da wo ab jetzt zurecht die einzigen zwei sind die zwei die den busche angeführt haben und alle nur zu geguckt hat das habt ihr gut gemacht und ihr gut geführt gut gepusht ist halt manchmal bringt man auch einfach das opfer ist eigentlich fast immer so diese hast du deine rolle auf dem startfeld gefunden hurra